Oh, ich kann Wachen sehen. Und da oben ist Hugo anscheinend. Das ist Mr. Strange. Protokoll 10 wird den Abschaum aus dieser Stadt spülen. Ach man, verpasst. Ärgerlich. Die sind alle weit weg, ne? Schnell geht er aber rein. Arbeitet zusammen, der darf euch auf keinen Fall besiegen. Verwundeter! Gibt's hier raus? Gibt's Sichtkontakt zur Zielperson? Ne, gibt's nicht. Ich schwör offen, dass die nicht gibt. Das reicht. Er ist hier. Erlebe ich den. Sonst werdet ihr mir dafür wüssten. Hat jemand Sichtkontakt zum Ziel? Was seid ihr für eine Außenplattform? Wird hier der Fensterreiniger? Oder wie muss ich das verstehen? Wird hier der Platz vorm Fensterputzer? Wird hier der Fenstersmodelle? Wird hier der Fensterreiniger? Eine Zielperson bisher nicht gefunden! Nee, jetzt kann ich mich einmal hier außen rum springen. Ist auch schön. Ich habe sie studiert. Ich kenne jede einzelne ihrer Techniken. Und jetzt habe ich, Hugo Strange, sie besiegt. Noch hast du mich nicht besiegt, Junge. Noch hast du mich nicht besiegt. Jetzt bin ich hier. Auch wenn es gerade nicht so aussieht. Aber noch hast du mich nicht erledigt. Wenn der einfach mal da rumläuft. Ich bin ganz gechillt. Hm. Kann ich mal einer von denen, die auf den Balkon kommen, dann kann ich den ausschalten. Zumindest ansatzweise. Klagebericht, Kontakt. Hm. Enttäuscht mich nicht. Batman ist mit euch da drin. Haltet ihn auf. Hm. Ich muss hier echt schlau vorgehen, sonst ballen die mich ab. Wie ich schneller tue, dass ich gucken kann. Ist ja da unten. Allein? Zielpersonen bisher nicht gefunden. Ich weiß, ich weiß. Ich bin invisible. Kind of. Sort of. Hm. Ich weiß, dass ich da sind, Batman. Es ist zu spät. Ich weiß selbst, dass ich hier bin. Da muss ich mir nichts sagen. Ist jetzt kein Geheimnis. Ein großes zumindest. Au. Scheiße. Kacke, 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 kacke. Kann das ja da sein. Okay, warum war das anders? Hat der mich doch gesehen, die Scheiße. So, was ist denn andersrum? Er ist bei euch in dem Raum. Irgendwo. Wie ich hier irgendwo in dem Raum bin. Hat jemand Sichtkontakt zum Ziel? Okay, wieder einer weg. So können wir das dann machen. Jagen man keine Angst ein. Verstecken Sie sich ruhig hinter dieser Maske. Ich werde Sie von Ihrem zerschmetternden Gesicht reißen und der Welt zeigen, was dahinter liegt. Oh, heulich rum. Können Sie nicht Zeppelin her? Ach, wie cool. Guck mal, da hinten ist Arkham Island. Ist ja geil. Mit der einzigen Brücke. Und ja. Huh. Was war das? Ich wollte nicht springen. Da habe ich mich da gleich verklickt. Ein Club 1 Foupa-Unterlauf. Ich weiß. Mann, erzähl doch nicht immer so viel. Laber doch nicht so viel rum, Hugo. Hugo laber doch nicht so viel. Jetzt haben die echt das Ding abgeschossen. Ich fasse es ja nicht. Okay, das funktioniert nur noch ein paar Mal hier, der Trick. Das funktioniert nicht mehr allzu oft. Komm mal raus. Komm mal raus. Scheiße. Ja, der rettet den, oder? Ich bin die Zukunft von Gotham. Ich bin sein neuer Anführer. Du bist sein neuer Anführer? Naja, geht nicht. Batman hat den Raum betreten. Batman hat den Raum betreten. Batman has left the building. Die Person ist über uns. Durch einen Noob. Ach, voll das Geheimversteck hier, oder wie? Sehr witzig. Voll das Geheimversteck. Die Person ist über uns. Wo schießen die denn hin? Die verwirrt die Jungs? Kommt der noch mal zu? Oder auch nicht? Schade. Batman ist hier. Batman ist hier. Unterschätzt ihn bloß nicht. Wie er mich einfach mal sieht. Sollte der einfach mal herwinken, ne? Lagebericht, Kontakt. Na, komm mal da raus. Ich bin die Zukunft von Gotham. Ich bin sein neuer Anführer. Batman ist da drücken. Da ist er. Da ist Batman. Batman ist da drüben. Und, den nehmen wir auch noch. Seid ihr gewinnt. Batman ist da drüben. Tja, Batman ist, äh... Ne? Batman hat alle erledigt. Vielleicht möchten Sie hier sterben, Mr. Wayne. Das ließe sich einrichten. Hallo, Mr. Strange. Ich bin besser als Sie, Mr. Wayne. Sie haben nicht gewonnen. Sie können nicht gewinnen. Ich, Hugo Strange, bin ihr Nachfolger. Ich habe Gotham gerettet. Komm, gib ihn weiter. Ja, geht doch. Voll ein in die Breitseite. Schön. Oracle, schalte hier alles aus. Mit Vergnügen. Du hast alles ruiniert. Los, werfen ihn vom Turm. Los, werfen ihn vom Turm. Ah ne, Batman töts sich schon jetzt. Nehmen Sie Ihre Hände weg. Sehen Sie, was Sie getan haben. Ist großartig, nicht wahr? Ja, ja. Sie sind erledigt, Strange. Ich habe mächtige Freunde, Batman. Das ist erst der Anfang. Niemand wird mich aufhalten. Schon bald werde ich Armeen befehligen, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Ich habe erreicht, was der große Batman nie erreichen konnte. Ganz Gotham wird mir danken. Mir, Hugo. Strange! Ihr Auftritt ist jetzt beendet, Professor Strange. Wieso? Ich habe getan, was Sie wollten. In der Tat. Sie haben deutlich gezeigt, dass Sie Batman in jeder Hinsicht unterlegen sind. Lass ihn sterben, Detective. Er war deine Marionette, Ross. Wieso? Sie sagten, ich würde Ihr Nachfolger. Ja, das war unsere Vision. Und Sie haben es nicht zu Ende gedacht. Aber. Als Sie kamen, um mir Batmans Identität zu verraten, gab ich Ihnen die Chance, Ihren Wert unter Beweis zu stellen. Und nicht nur das, sondern auch unbegrenzte Ressourcen für Ihren Plan. Sie sind dem Ziel sehr, sehr nahe gekommen. Und dennoch haben Sie mich enttäuscht. Er wird sterben, Ross. Er braucht Hilfe. Und zwar sofort. Tu, was du willst, Detective. Für mich ist er längst tot. Ich bin so nah dran. Geben Sie mir etwas mehr Zeit. Zu spät. Keiner erhält von mir eine zweite Chance. Das ist ein guter Tag, Detective. Gut? Es werden Menschen sterben. Die Welt vermisst sie nicht. Wieso solltest du es tun? Betrachte mein Werk. Du magst Strange besiegt haben. Aber das, das ist nur der Anfang. Komm mit mir. Gemeinsam werden wir diese Welt bereinigen. Niemals. Du irrst dich, Ross. Du bist zu dem geworden, was du bekämpft hast. Und ich werde dich aufhalten. Hahaha. Das bezweifle ich. Computer, aktiviere. Protokoll. Elf. Was tun Sie da? Zugangscode. Wayne. Oh, oh. Nein. Halt da! Nein, nein, nein! Holy shit. Aua. Das ist weh. Sogar sehr. Bruce, alles in Ordnung? Der Turm ist explodiert. Ich hab's gemerkt. Ein Glück, dir geht's gut. Ra's al Ghul war die geheimnisvolle Macht hinter Hugo Strange. Das alles war Teil seines Plans. Machst du Witze? Wo ist er jetzt? Sagen wir es so. Er wird einen Ausflug zur Lazarusgrube brauchen. Hallo! Ist da jemand? Ich melde mich später. Es passiert gerade was. Na toll. Hallo, Batman. Ich weiß, dass du mich hörst. Hoffentlich hab ich keinen schlechten Zeitpunkt erwischt. Ich hatte solche Angst davor, dass du mich vergessen könntest. Sieh dir mal deine Freundin an. Wie du sehen kannst, läuft sie Gefahr, ihr hübsches kleines Gehirn überall auf dieser Kamera zu verteilen. Ignorier ihn, Liebster. Lass ihn sterben. Ha, wie romantisch. Das Blöde daran ist nur, dass es mir nie besser ging und du mich einfach nicht ignorieren kannst. Oder doch? Hör zu, Batman. Ich stell für dich eine kleine Show auf die Beine. Das wird der absolute Hammer. Ein echter Straßenfeger. Du solltest dich aber beeilen. Lässt du dir zu viel Zeit, liegt die Hauptdarstellerin nachher noch tot in ihrer unkleiden Kabine. Na toll. Na toll. Na toll. Alle Flugeinheiten sofort umkehren. Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Na, immerhin bin ich die Dinger los. Schon mal etwas. Achim City Story. Ist das da unten? Wonder City. Achso, hab ich ja freigeschaltet. Ist hier eigentlich irgendwo mal nochmal dieser tolle Assassine? Assassinen auf dem Dach. Ich wiederhole, Assassinen auf dem Dach. Ach, komm schon. Lass mich doch mal in Ruhe hier. Wo ist der denn? Ach da, natürlich. Ist hier? So, ist das. Hey Batman, hörst du mich? Hier spricht Officer Jones aus dem Museum. Ich hoffe, du hörst mich. Ich spreche an eins der Funkgeräte, das Pinguins Männer benutzt haben. Wir haben ein Pinguins... Das hört sich gut an. Da steht Verbesserung. Und es würde mir gar nicht gefallen, wenn du dir im Internet wieder einen Spoiler durchliest. Geil. Ich lese nur im Internet. Claudia braucht meine Hilfe. Ich muss sie sofort finden. Äh, kann ich nicht da lang? Oh, Betz, wenn du nur wüsstest, was ich vorhabe. Zum Sterben gut. Okay, Sidequests ist also keine Zeit für, wie es aussieht. Für Sidequests habe ich keine Zeit.